Der Herr hat mich gesandt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle Heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entschlassung verkünde. Sie hervon und an preisen mich selig alle Geschlechter, in die Heilung des Herrn sollen wir endlich verkündet. Der Herr hat mich gesandt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war, sein Name war Johannes. Immer gehören wir zu einer Familie. Das ist völlig richtig, das ist eine Quelle von großem Glück für uns Menschen, eine Familie zu haben. Und genauso ist es mit unserem Glauben, Julius. Er macht uns glücklich, weil wir wissen, wir sind immer Kinder Gottes, solange wir leben. Aber dieses Geschenk der Freude des Glaubens, das, naja, fällt einem nicht so ohne weiteres in den Schoß, sondern man muss auch etwas dafür tun. Du Gott, dem wir vertrauen, für die von Schuld bedrückt sind, dass sie im Sakrament der Buße Vergehung finden. Die Heilung des Glaubens, das, naja, fällt einem nicht so ohne weiteres in den Schoß. Die Heilung des Glaubens, das, naja, fällt einem nicht so ohne weiteres in den Schoß. Die Heilung des Glaubens, das, naja, fällt einem nicht so ohne weiteres in den Schoß. Die Heilung des Glaubens, das, naja, fällt einem nicht so ohne weiteres in den Schoß. Unsere Scheinung grüßend waren, werden uns schon das verließen. Werden weiten, werden weiten, werden weiten, wie weiten wir uns schon das verließen. Alle Menschen werden zu wein, wo es sein wird. Liebe Schatz und liebte Gott, die neue Geräte können sehen. Unten verletzt sich das Wort wie ein Verschied am Beständen. Alle Menschen hören zu klein, Gott ist frei, Gott will Ende, Gott und Heil, wir werden die Neue und Grösse und zumal der Ewigkeit Siege die Jungen der Höchstern, alle Menschen, der Zutrein, Gottes Heil. Sendet dein Geist, diese Garten herab, und Heide singen, damit sie in uns Gärten bleiben und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Einen Abend, an dem er ausgeübt wurde, schon wie sich das Bein will, den Leidenschaften der Bar, nahm ihm das Brot und fragte dann, ach, es reichte es seinen Hühnern und Spahn. Einen Abend, wessen alle da kommen. Erst ist mein Leid, der für euch im Gehebenden ist. Und weil er auf Verstehen und preisen wir, bist du Gott in Herrlichkeit. Herr unkündiger Vater, fein dir das Belächtnis des Brots und der Aufstehung der Angst vor ist, will dir so das Brot des Lebens und den Kälte nicht heiß sein. Wir auch, wir vergeben unseren Schuldigen und führen uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater von allen Bösen und geben Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinen Herd an und bewahre uns auf der Bildung und Züge, damit wir in vollem Stuhl versichern, das Kommen unseres Erlöser, Jesus Christus, Herr, Amen. Amen. Denn dein ist das Zeich und die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit, Amen. 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 ! Amen. Amen. Türkiye ZOZIEKE ZOZIEKE ZOZIEKE